Du musst dich durch schwierigen Tage kämpfen, um die guten Tage dir zu verdienen. Die Tage, die du auslässt, kriegst du nie wieder zurück. Egal wie hoffnungslos es ist, egal wie schwierig es ist, es gibt immer einen Weg zu deinem Traum. Unsere größte Schwäche ist nicht Angst oder Schmerz. Unsere größte Schwäche ist, bei schwierigen Zeiten durchzuhalten und nicht aufzugeben. Die Vergangenheit gehört dir nicht mehr, aber die Zukunft. Wünsch dir nicht, dass das Leben einfacher wird. Wünsch dir, dass du besser wirst. Wenn du nicht versuchst, wirst du nicht wissen, ob du es geschafft hättest. Das Leben wird sich erst lohnen, wenn du deinen Träumen hinterher gehst. Im Leben wirst du oft niedergeschlagen. Im Leben wirst du oft Fehler machen. Aber es geht immer weiter. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es einfacher wird. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass du eine Pause einlegen kannst. Die Wahrheit ist, dass du durchhalten musst, um deinen Traum zu leben. Wenn du kurz davor bist, aufzugeben, denk dran, warum du angefangen hast.